Willkommen zurück zu Kaizo Mario World! So schrecklich es ist, es gibt einen Trick. Übrigens spiele ich ab jetzt mit Rewinds. Also da komme ich nicht durch. Ich bin einfach nicht dazu in der Lage. Von mir aus, nennt mich schlecht, nennt mich Loser. Nein, nennt mich nicht Loser, aber... Ne, nennt mich, äh... Nicht immer sofort Kaizo Mario-Bezwinger. So. Jetzt komme ich allerdings nicht an diesen Deppen vorbei. Du gehst mir auf den Schnürsenkel. Hallo! Oh. Auch nicht schlecht. Gut, dann machen wir es eben so. Ich wollte eigentlich von unten durch, aber... Wenn das auch geht... Dann ist ja gut. Das ist der, in Klammern, Vorteil an solchen Hacks. Sie müssen, anders wie im Original, nicht immer 101% korrekt sein. Ich bin so blöd, diesen Dingern auszuweichen. Bullet Bill. Hallo. Ja. Da ist mir die Punktzahl da mal egal. Hauptsache, die Fischis sind mit dabei. Der Ripp. Okay. Willst du mich eigentlich total veräppeln? Da gibt's ein Secret? Glaubst du doch selber nicht. Hey, wir können weitergehen. Oh Mann, ich hab Angst! Ich weiß nämlich nicht, was auf mich zukommt. Ach, so... Na gut. Sieht schon mal sehr vorteilhaft aus. Ich schätze... ...ist das eigentlich machbar. Ich frag mich nur, ob die Zeit... Okay, die Zeit ist da eigentlich ganz... Okay. Mein schwammiges Steuerkreuz. Ein altes Kapitel. Ist hier nicht von großer Hilfe. Jetzt mal die Wolke auch sehr schwammig ist. So absinkt jedes Mal. Ah, ich will nach rechts und er fährt nach oben, würde ich sagen. Ne, irgendwo hier? Na, das krieg ich doch nie im Leben koordiniert. Warte, warte. Ah, da war der halt nett. Ah, warte, warte, warte. Ah, okay, aber das Safe State war schon gut gesetzt. Sie soll es nur nach unten. Das ist das Problem, wenn ich nach unten drücke und der macht nach rechts. Das hatten wir in Jostis Island schon so oft. Das Ding ist einfach kaputt. Im Arsch. Genauso wie ich nach diesem Spiel. Ja, danke. Als ob Kaiser Mario nicht schon schwer genug wäre, ne? Okay, das sollten wir innerhalb von wenigen Stunden geschafft haben. Ah, es ist machbar. Es ist machbar, Herr Nachbar. Ey, Mann. Ach, Herr Flanders, wissen Sie. Sie alte Trauertüte. Hallöchen, Pupöchen. Au, Mann, nee. Was ist das für ein... Da bekomme ich die Wut, wenn mit meinem Controller gespielt wird. Mit Controllern sollte man nicht spielen. Äh, kann der überhaupt genug abbremsen? Natürlich, es geht alles. Es ist alles getestet. Aber trotzdem. Mann! 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 Ey, Leute. Dieses Projekt ist echt nicht mehr ohne. Was ist das für ein scheiß Controller? Oh, und ich wollte safe staten, natürlich. Ja, das könnte ja jeder sagen. Ich glaube, hier sind wir besser aufgehoben. Mein Gott, die sinken auch ab wie ein Stein. Unter dem ist auch nicht kurz sowas gelbe vom Ei. Hallo? Oh, okay. Oh, okay. Karmek! Sonst habt ihr noch alle Schränke in den Tassen. Das ist mir ehrlich gesagt zu eng hier. Das krieg ich mit meinem Controller gar nicht hin. Das ist genau dasselbe wie mit der Stelle im Wasser eben. Also Karmek ist dazu da, dass man sich hier gefälligst mal beeilt. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Ey, das ist doch nicht schön. Das ist doch der reinste. Ja, das steht da im Weg. Und weiter? Ja, da ist eine Scheine da unten links und ich verpiss mich. Es geht nicht, weil ich kann nicht nach rechts und nach oben. Also ich habe eben nach rechts gedrückt und er fliegt nach oben. Das ist halt der Scheiße an dem Trickding hier. Ja, seht ihr es? Man sieht hier so schön an Marios Kopf, wo er hin macht. Das geht nicht. Geht denn der andere Stick? Also der Digital Stick, aber mit dem ist es noch schwieriger. Habt ihr es gesehen? Schon wieder hat er noch oben, obwohl er nach rechts sollte. Und jetzt fliegt er mal nach rechts rein, natürlich. Ich habe nach unten gedrückt, so Tab. Mit leichten... Nach links. Jetzt auch... Sag mal. Jetzt habe ich richtig nach links gedrückt. Bei Kaizo kann man sich ja dumm anstellen, aber... Lass mich in Ruhe, du Spaten. Hoffentlich kommt sowas nicht mehr vor. Das gefährdet das ganze Projekt. Sonst geht es ja gut, ja? Äh... Hey! Haha! Okay. Yay, wir haben ein Level geschafft, Mann. Schalterpalast. Yay! Okay. Ich frage mich nur halt, wie wir da jetzt weiterkommen wollen, irgendwie. Gibt es da jetzt gravierende Unterschiede? Also nicht, dass ich jetzt Bock hätte, hier weit zu spielen. Und mir fällt gerade was Deftiges ein. Ich habe vergessen zu save-staten, oder? Ach. Na ja, scheiße. Na egal, den kriegen wir auch wieder kaputt. Na ja, gut. Ich mache mich erst mal weiter. Weiter nach oben. In Richtung Bowsalie. Wie es aussieht. Ja, nochmal. Achso. So. Bizarre Starter. Was aber denn hier Schönes? Achso. Blil-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. So, erstmals bei mir gibt es Rewinds. Ich sollte den Safe-Set auch mal neu anlegen. Mach mal so. Ja, wie will. Es ist alles nicht so einfach auf dieser Welt. Hauruck. Okay. Meine Herren, also nach ganz links laufen. Wenn das überhaupt so möglich ist. Aha, okay. Es ist wahrscheinlich noch gar nichts, ne? Okay. Brennen-Taste. Äh, hä. Ich komme ja gar nicht dazu, zu Safe-State. Nee. Ach ja, ihr seid doch alle nicht mehr sauber im Hirn. Also die Entwickler. Jaga! Jaga! Ein Rewind bitte, vielleicht? Was ist das? Wie soll das? Ich habe mir schon zu viel Zeit gelassen. Dieser Level, der sieht nicht sehr freundlich aus. Da kommt bestimmt nur so ein Kack vor. Es kommt noch viel schlimmer. Oh ne, nicht auch das noch. Wir müssen uns arschmäßig beeilen, damit wir da auf das Ding nochmal drauf können. Ihr seid doch nicht mehr sauber. Ja, so in etwa. Also Leute von heute da draußen, ihr habt das Prinzip kapiert? Natürlich habt ihr das. Ihr seid doch schlaue Abonnenten. Mann! Hi! Wie geht's euch? Ah, das hätte gehen können. Aber nicht müssen. Also von der Zeit her, da habe ich es mir also noch nicht verbaut, weil die Plattform muss ja erstmal... Oder wir sollten schneller sein als die Plattform. Es macht so einen Stressfaktor, sich da innerhalb von so Millisekunden zu beeilen. Ja. Sieht nicht so aus, als könnten wir da noch großartig was bewegen. Ah, weiter gehen die Rewinds nicht, aber die Stelle gefällt mir. Tun wir hier, save state. Da haben wir wenigstens einen Sprung gespart. Ah, da sind wir schon viel besser bei. Nee, oder? Nee. Also wir benutzen Verlangsamung, um zu schauen, ob es dennoch klappt. Ich sollte erstmal diesen Manche überspringen. So. Er sieht schon besser aus, aber noch nicht gut genug. Hallo, du sollst funktionieren. Fast. Ich würde... Ich würde tippen, es funktioniert. Okay, mit dem Rollding hoch. Das hat zu lange gebraucht. Hä, hä, hä. So, so. Jetzt bin ich blöd gesprungen. Mach mal langsam. Mann! Ah, doch nicht so. Ihr seid doch nicht mehr zu retten. Aber es könnte funktionieren. Jetzt so schon mal nicht. So, und das schauen wir uns jetzt mal an. Es funktioniert. Gut, da habe ich ein Save State gesetzt. Und damit geht es weiter im nächsten Part, wenn ich nicht im Koma liege. Also bis dann und ciao, Leute.